So, liebe Geschwister, wenn ihr mir helfen wollt, wollt ihr mir helfen? Kommt ihr hier nach vorne? Dann habe ich nicht so das Gefühl, dass irgendwas zwischen uns ist. Und der Pharisäer hat sich ja ganz nach vorne gestellt und die Zöllner ganz nach hinten. Aber Jesus hat es umgedreht, hat gesagt, die Zöllner dürfen nach vorne kommen. Die Zöllner und Sünder dürfen nach vorne kommen. Und die Pharisäer, die dürfen gerne nach hinten gehen. Also, die Pharisäer nach hinten bitte, die Zöllner und Sünder nach vorne. Ich tue niemandem was. Keine Angst. Christine muss erstmal randalieren hier. Schön, dass du da bist, Christine. Ja, macht ja nichts. Kleiner war fein. Ich glaube, wir sind elf Leute, wie bei Jesus. Nachdem Judas ausgefallen war, waren es dann noch elf Jünger. Gut, 2. Mose 34. Manchmal lesen wir diese Dinge und irgendwie lassen sie uns kalt. Sie sind so weit weg von uns. Aus einer anderen Zeit, aus einer ganz anderen Situation. Und manchmal macht Gott das dann so lebendig, so deutlich und spricht durch diese Dinge, durch diese Worte zu unseren Herzen. In 2. Mose 34 steht, Darauf sprach der Herr zu ihm, Mose, haue dir zwei steinerne Tafeln wie die ersten zurecht. Dann werde ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln standen, die du zerschmettert hast. Was ist das für ein krasses Wort, oder? Gott hatte Mose diese steinerne Tafeln gegeben, beschrieben mit seiner eigenen Hand, mit seinem eigenen Finger. Darin waren die kostbaren Worte des Bundes für Israel. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus befreit. Und ich bin dein und du sollst mein sein, wie wir Sonntag gelesen haben. Und dann diese wunderbare Wegweisung durch die Gebote. Das ist dein Leben. Du sollst ein Leben in der Liebe führen. Dazu bist du bestimmt. Die Liebe zu Gott, zu deinem Vater, zu deinem Herrn und die Liebe zu deinem Nächsten. Dazu bist du bestimmt. Welche herrliche Bestimmung. Nicht mehr Sklave sein. Nicht mehr der Sünde dienen. Nicht mehr den Göttern Ägyptens dienen. Nicht mehr nur Mittel zum Zweck sein. Sondern geliebtes Kind Gottes. Bestimmt dazu, die Liebe Gottes zu empfangen und zurückzulieben Gott und den Nächsten. Und dann hat das Volk Israel den Bund geschlossen mit Gott auf diese Worte hin. Und Gott hat Mose die steinernen Tafeln gegeben. Und was hat er getan, als er vom Berg herunter kam? Er sah Ehebruch. Geistlichen Ehebruch. Und er zerschmetterte diese kostbaren steinernen Tafeln. Wenn es diese steinernen Tafeln heute noch geben würde, sie wären unbezahlbar. Warum? Weil da die Handschrift Gottes drauf ist. Wenn du von irgendeiner bekannten Persönlichkeit eine Handschrift hast, ein Autogramm, ein Autograf, dann gibt es da Sammler. Und wenn dieses Stück dann auch noch ein Unikat ist. unfassbar. Und was macht Mose? Er zertrümmert das. Das kannst du doch nicht machen, Mose. Aber es ist nur Ausdruck dessen, was da passiert ist. Sie haben den Bund gebrochen. Diese steinernen Tafeln, sie sind nichts mehr wert. Sie waren Ausdruck eines Bundes, der für immer geschlossen ist. Von Gottes Seite. Für immer. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Er sagt ja zum Volk Israel. Bis heute. Er nimmt sein Wort nicht zurück. Aber sie haben den Bund gebrochen. Und so sind die zerbrochenen Tafeln Ausdruck des gebrochenen Bundes, des zerstörten Bundes. Und dann nach diesem ganzen Kapitel 33, nach all dem Gebet und all der Suche Mose. Mose sucht Vergebung für das Volk Israel. Er tut es auf die verschiedensten Arten und Weisen. Er tut es darin, dass er Gott um Vergebung bittet. Er tut es dadurch, dass er ein Strafgericht durchführt, von Gott angeführt. Er ist gehorsam dem Wort Gottes. Er tut es darin, dass er sein eigenes Leben anbietet für das Leben des Volkes. Und Gott zeigt sich gnädig, barmherzig. Er zeigt sich als der vergebende Gott. Und ja, er nimmt die Fürbitte Mose an, seines Freundes. Und in diesem Gespräch, was sie miteinander haben, ja, es entsteht in Mose immer die größere Sehnsucht danach, dass das, was Gott am Berg Horeb, dieser wunderbare Bundesschluss, dass das wiederhergestellt werden möge. Und jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen, Gott hat schon gesagt, ja, ich werde mit euch ziehen. Ich werde mich nicht zurückziehen. Ich werde euch nicht einfach nur einen Engel schicken, der sich um euch kümmert. Sondern nein, ich will, ich identifiziere mich mit euch. Ich bleibe dabei. Ich bin euer Gott. Ich gehe mit euch. Und jetzt dieser wunderbare Moment, wo Gott sagt, ich möchte, dass du die Steintafeln wiederherstellst. Was für ein wunderbarer Ausdruck der Erneuerung, Erneuerung, der Versöhnung. Der Bund ist doch gebrochen. Es ist doch zerstört. Aber Gott in seiner Souveränität sagt, nein, ich möchte, dass dieser Bund, der Bund bleibt bestehen. Von meiner Seite ist er nicht gebrochen. Und ich nehme die Vergebung und Gnade, ich möchte in der Vergebung und Gnade euch wieder hineinführen in diesen Bund. Es sind wieder zwei steinerne Tafeln. Wie die ersten. Er macht es nicht so. Okay, die ersten waren aus Stein, jetzt machen wir es nur noch auf Papier, weil das wird ja eh nicht lange halten. Nein. Wie die ersten. In Stein gemeißelt. Dann werde ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln standen, die du zerschmettert hast. Ich erneuere das. Ich schreibe da wieder drauf und ich werde dasselbe schreiben, was ich vorher geschrieben habe. Es bleibt bestehen. Jesus ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Seine Treue bleibt. Und halte dich für den Morgen bereit und steige am Morgen auf den Berg Sinai und stehe dort vor mir auf dem Gipfel des Berges. Es soll aber niemand mit dir hinaufsteigen und es darf überhaupt niemand auf dem ganzen Berg gesehen werden. Sogar Schafe und Rinder dürfen nicht in Richtung auf diesen Berg hin weiden. So hieb er denn zwei steinerne Tafeln wie die ersten zurecht und Mose stand früh am Morgen auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte und nahm die zwei standenden Tafeln in seine Hand. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Diese Selbstoffenbarung Gottes ist so zentral, so wichtig. Es ist etwas, was man gerne auch mal auswendig lernen kann, um sich immer wieder in Erinnerung zu rufen. Wie ist Gott eigentlich? Wie ist Gott eigentlich? Wenn du Gott beschreiben sollst, vielleicht fragt dich mal jemand, beschreib mal Gott. Kannst du sagen, ja, ich kann ihn gut beschreiben, weil er sich selbst beschrieben hat. Und ich kann bestätigen, dass er so ist. Yahweh, Yahweh, der Ich bin, der lebendige Gott. Er ist Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Herr des Himmels und der Erde, der allem Leben gibt, der alles zusammenhält, der Ursprung aller Dinge, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. So ist unser Gott. Barmherzig. So oft sehen wir das in Jesus, oder? Ich denke nur an die Stelle von dem Aussätzigen, der außerhalb der Tore gewohnt hat, weil er diesen Aussatz hatte. Und er musste außerhalb des Tores sein. Gott hatte das angeordnet. Er musste außerhalb des Tores sein, um die anderen nicht anzustecken mit seiner Unreinheit, mit seiner Krankheit. Und er war so deprimiert, es hat ihn so fertig gemacht, so allein zu sein. Von allen verlassen. Alle konnten ihr Leben weiterführen. Er musste draußen leben. Er musste irgendwie klarkommen. Und dann kommt Jesus irgendwie da vorbei, in die Nähe. Er kommt da hin. Wir wissen nicht genau, ob er direkt dort hingegangen ist. Das steht nicht da, dass er direkt dort zu ihm hingegangen ist. Aber irgendwie kommt er in die Nähe und der Aussätzige sieht ihn. Und was er tut, ist, er läuft hin und wirft sich ihm zu Füßen. Er sagt, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Und dann steht da, dass es Jesus' Herz bewegte. dass es in ihm, ja, wie heißt es, ich will hier nichts Falsches sagen, wie wird es hier übersetzt? Markus 1. Er war innerlich bewegt, genau, so wird es in der Elberfelder immer gesagt. Jesus war innerlich bewegt. Das ist im Grunde dieses Wort. Es ging ihm an die Nieren. Es drehte sich ihm der Magen um. Es ging ihm ans Herz. Diese Not dieses Menschen, diese Verzweiflung und diese Bereitschaft auch, sein Schicksal ganz in die Hand Jesus zu legen. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wenn nicht, dann nicht. Und Jesus wurde innerlich bewegt. Wir sehen das noch häufig an vielen Stellen, wo genau das über Jesus gesagt wird. Zum Beispiel auch bei der Speisung der 5000. Sie hatten sich zurückgezogen und er er wollte mit den Aposteln, mit den Jüngern ausruhen, aber sie kamen hinterher zu Fuß. Sie waren mit dem Boot rübergefahren und an eine einsame Stelle und die sind hinterhergerannt. Eine weite, weite Strecke sind sie gelaufen. Ganz viele Leute, 5000 sind da zusammengekommen und noch mehr. Das waren ja nur die Männer, die da hier aufgezählt werden. Und sie kommen da alle zusammen und dann steht, als Jesus aus dem Boot trat in Markus 6, Vers 34, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Die waren orientierungslos. Die waren hilflos. In Matthäus steht, dass auch viele krank waren und er heilte sie. Aber das, was ihn antrieb, war sein Herz. Jesus hatte ein Herz für arme, kaputte Menschen. Er war nicht kalt. Ihm waren die Menschen nicht scheißegal. Und es geht hier gar nicht darum, wisst ihr, Jesus, dieses innerlich bewegt sein, er hat es an einer Stelle auch selbst eingebaut, dieses Wort, diese Beschreibung, dieses Charakters. Er hat es selber einmal in einer Geschichte dargestellt und zwar in der Geschichte vom verlorenen Sohn, die wir doch kennen. Da steht es genau an der Stelle, wo der Sohn, so fertig und abgewrackt, wie er ist, sein Leben so sehr in den Sand gesetzt, kommt er zurück mit hängendem Kopf. Sein Schritt wird immer langsamer. Und der Vater sieht ihn von Ferne. Und Jesus erzählt, da wurde er innerlich bewegt. Es war ihm nicht egal. Er wurde innerlich bewegt und er lief los und umarmte diesen seinen kaputten, fertigen, sündigen Sohn. Wisst ihr, diese Barmherzigkeit hat nichts oder stellt nicht die Frage, ob derjenige, der da so in Not ist und so im Elend ist, ob er selber Schuld dran ist oder nicht. Am Ende sind wir alle Schuld an dem Elend, in dem wir leben. Wir sind gefallene Menschen, Söhne und Töchter Adams und Evas, gefallene Menschen in einer gefallenen Welt. und das Elend, was wir haben, was in unserem Leben ist, ist Folge unserer sündhaften Natur. Aber Gott ist barmherzig und das ist so ein großer Trost, weil er er rechnet nicht auf, er rechnet uns nicht unsere Missetaten zu. Er sagt nicht, du bist doch selber schuld, sieh du zu, komm mal klar. Nein, er sieht den Menschen so wie er ist in seinem Elend und er ist innerlich bewegt. Er lässt es nicht kalt. Deswegen ist Jesus Mensch geworden, weil Gott barmherzig ist. Jesus ist Mensch geworden, um uns Sündern zu begegnen in unserem Elend, um uns aufzuhelfen aus dem Staub, um uns unter die Edeln zu setzen, wie es in Psalm 113 steht, um uns zu Kindern Gottes zu machen, vom Bettler zum Königssohn, von der Bettlerin zur Königstochter. Und dafür war er bereit, selbst in dieses Elend hinabzusteigen, selbst dieses Elend zu durchleben, selbst die Folgen der Sünde auf sich zu nehmen, voll und ganz am Kreuz von Golgatha. Er ist barmherzig, unser Gott ist barmherzig und Gott hat sich offenbart in Jesus Christus in höchster Gestalt. Hebräer heißt es, in alten Zeiten hat Gott geredet durch die Propheten, zuletzt aber hat er geredet zu uns im Sohn. Und das ist die Art und Weise, wie er zu uns redet. Er redet zu uns durch sein Vorbild, durch das, wie er gelebt hat. Er redet zu uns durch das, was Jesus uns gelehrt hat über Gott, was er uns offenbart hat über den Charakter und das Wesen Gottes und er lehrt uns in letzter Konsequenz durch seine Hingabe am Kreuz, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Vergiss das niemals. Vergiss das niemals. Das ist so kostbar hier. Und er hat es seinem Freund Mose offenbart auf dem Berg. Weil Mose eine große Sehnsucht hat gesagt, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Und worin bestand diese Herrlichkeit? Zuallererst und vor allen Dingen darin, dass er barmherzig ist. Barmherzig und gnädig ist. Er zeigt dir und mir Gnade. Er schenkt dir und mir Gnade. Wir sind begnadigt in Jesus Christus. Gnade, das ist so ein altes, schweres Wort. Aber es bedeutet genau das, was ich vorhin gesagt habe. Hey, ihr Sünder und Zöllner, kommt nach vorne. Die Pharisäer gehen bitte nach hinten. Du darfst auch nach vorne kommen. Du bist auch begnadigt. Ja, sie gilt allen Menschen. Es gibt keine Vorbehalte. Seine Gnade zeigt er allen Menschen. Ein Beispiel, wie Jesus uns das lehrt in Matthäus 5. Seine Gunst, seine Gnade zeigt er uns Menschen. Matthäus 5, Vers 45, da steht, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Was für eine Gnade. Was für eine Gnade. Der Zöllner Zachäus, der geguckt hat, der unbedingt Jesus sehen wollte. Er stand auf diesem Baum, um Jesus zu sehen. Jesus kommt an diesem Baum vorüber und bleibt stehen und sagt, hey, ich muss heute in deinem Haus sein. Ich muss heute mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte mit dir das Leben teilen. Ich möchte dir von der Liebe Gottes mitteilen, die ich teilhaben lassen an der Zuwendung, an der Gnade Gottes und die Folge der Gnade ist Freude. Ich freue mich. Zachäus hat, ich freue mich so sehr, Jesus, dass du jetzt zu mir gekommen bist, obwohl ich der Oberzöllner bin. Bist du der heilige, reine Sohn Gottes dennoch zu mir gekommen. wie wunderbar, du hast mein Leben total auf den Kopf gestellt. Danke, Herr. Und Jesus sagt, diesem Menschen ist Gnade widerfahren, Rettung, Heil widerfahren. Er ist ein Sohn Abrahams. Er bekommt einen Ehrentitel. Vorher war er der Oberzöllner, der Oberschurke, der Obergeizhals, der Oberraffzahn. Aber Jesus nennt ihn Sohn Abrahams. Was für eine Gnade. Gnädig und barmherzig. Barmherzig und gnädig ist unser Gott. Das ist sein Wesen, sein Charakter. Ist das nicht großartig? Und er ist langsam zum Zorn. Langsam zum Zorn heißt, er geht nicht gleich in die Luft, wenn irgendwas gegen seinen Strich geht. wenn ich Jesus sehe, dann sehe ich, dass immer und immer wieder die Jünger ihm echt große Schwierigkeiten und Probleme bereitet haben. Wir nehmen nur mal ein Beispiel. Lukas 22 da steht in Vers 24 während sie das Abendmahl feiern, so wie wir hier heute Abend. Ich hoffe nicht, dass es bei uns so ist. Es ist sicherlich nicht offen so bei uns. Ich hoffe aber auch, dass es nicht in unseren Herzen ist. Vers 24 Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Er aber sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich wohl denn ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende? Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, das ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt und die zwölf Stämme Israels zu richten. Wo ist hier von Zorn die Rede? Nirgendwo. Gerade deswegen habe ich das Beispiel ausgewählt. Denn diese Diskussion, wer von ihnen der Größte ist, das war nicht das erste Mal und Jesus hat ihnen nicht das erste Mal gesagt, dass das völlig falsches Denken ist. Und trotzdem ist er nicht explodiert. Obwohl es mittendrin war in diesem kostbaren Moment des Abendmahls, wo er ihnen das Brot und den Kelch gibt und sagt, hier, das ist mein Leib, mein Blut für euch. Teilt das untereinander. Hier wird auch angedeutet, dieses Ich bin doch der Dienende unter euch, als der Herr. Er hat ihnen die Füße gewaschen. Er hat ihnen so viele Lehren und so viele deutliche Hinweise darauf gegeben, dass diese Frage, wer ist der Größte unter uns, völlig fleischlich ist. Hat es ihn dazu gebracht, auszuflippen? Ihr müsst es doch endlich mal gerafft haben, Leute. Das kann es doch nicht wahr sein. hier bei diesem wunderbaren Mahl. Er hat gesagt, ich habe mich so gesehnt, nach diesem Mahl, mit euch dieses Mahl zu feiern. Ein letztes Mal, bevor ich leide. Die haben das doch gehört. Hey, das ist ein kostbarer, wunderbarer, herrlicher Moment. Wir haben noch einmal diese schöne gemeinsame Zeit und dann werde ich leiden. Und dann werden wir auseinandergerissen werden. Hey, lass uns doch nicht an diesem Moment streiten, darum, wer der Größte ist, vor allen Dingen, weil wir es schon so oft durch hatten. Wird Jesus zornig? Nein. Er erklärt es ihnen nochmal. Hey, so ist es unter den Menschen, die Gott nicht kennen. Aber unter euch, Gottes Kindern, soll es nicht so sein. Da ist es genau andersrum. Und ich habe es euch vorgemacht. Ich bin der Größte unter euch, der Herr. Und bin zum Diener geworden. Und dann setzt er dem Ganzen noch die Krone auf, sage ich, diesen unbelehrbaren Jüngern und sagt ihnen noch so eine wunderbare Verheißung. Er sagt, ihr aber seid, er lobt sie auch noch, anstatt rumzuflippen und sie anzuschreien und fertig zu machen. Was sie verdient hätten. Barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn. Er ist nicht so wie ich. Danke Jesus, dass du nicht so bist wie ich. Und ich möchte so werden wie du, Herr. Langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue oder Gnade und Wahrheit. Er ist reich an Gnade und Gnade ist aber gepaart hier mit Wahrheit oder Treue. Das heißt, diese Gnade ist nicht eine Gnade, die sozusagen so schwammig ist, schwamm über alles. Wir schwabbern so rum. Ja, das ist die Gnade des Pluralismus. Ja, jeder hat so seine eigene Wahrheit und dadurch können wir alle friedlich miteinander leben. Wenn wir endlich die absolute Wahrheit abschaffen, dann werden wir uns nicht mehr die Köpfe einhauen, sondern wir sind alle alle haben irgendwie Recht, alle haben Wissen Ne, das hat uns nichts gebracht, das hat uns nicht den Frieden beschert. Im Gegenteil, wir, ich glaube, ich werde das mal politisch, ich bin mal so mutig, ich glaube schon, dass das der Grund ist, warum wir so vor die Wand gefahren sind als Deutschland. Wir sind sehr stark von dieser Ideologie geprägt und wir wollen uns mit niemandem verscherzen, wir wollen keinen Krieg führen, wir sind ganz friedlich, wir sind ganz lieb, wir sind lieb zu allen und wir machen mit allen Geschäften und dann am Ende werden wir alle dann irgendwie die große, tolle, große Weltgemeinschaft sein, wo wir dann alle miteinander Handel treiben und alle friedlich sind. Und deswegen haben wir unsere Geschäfte mit Russland gemacht und machen unsere Geschäfte mit China und mit den USA und mit allen und am Ende haben wir ganz viel Wohlstand und jetzt sitzen wir da und merken irgendwie haut das System nicht hin. Das bringt nicht den Frieden. Das ist irgendwie ein falscher Friede. Friede, Friede und doch kein Friede. Gnade und Wahrheit. Er ist groß, reich an Wahrheit. Lass uns mal Johannes 4 lesen. da sagt sie, die Frau, die samaritische Frau am Brunnen, Vers 9, zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin. Das geht überhaupt nicht in ihr Hirn rein. Ein Mann bittet eine Frau, um zu trinken und ein Jude bittet eine samaritanische Frau auch noch, etwas zu trinken zu bekommen. Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. Jesus antwortet und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Jesus dreht es dann also um, aber er fängt damit an, dass er die Frau, um etwas zu trinken bittet. Er ist nicht zu schade dafür, sich demütig zu halten, als ein Bittsteller zu kommen, obwohl er der ist, der reich ist und etwas zu geben hat, kommt er aber als Bittsteller. gnädig und dann reden sie so über diese ganze Thema mit dem Wasser und irgendwie hat sie eine große Sehnsucht von diesem Wasser zu trinken, von dem Jesus redet, aber sie versteht immer noch nicht so ganz, was er meint. In Vers 16 spricht er dann zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komme hierher. auch hier in Gnade führt er diese Frau in die Wahrheit hinein, das Gespräch mit ihr in die Wahrheit. Hey, hol mal deinen Mann. Und in dem Gespräch wird deutlich, dass er weiß, dass sie keinen Mann hat. Und das ist nicht nur, dass sie keinen Mann hat, sondern sie ist mit einem Mann zusammen, mit dem sie aber nicht verheiratet ist. Und nicht nur das, sondern sie war schon ein paar Mal verheiratet, immer wieder geschieden. Erkennt ihr Leben, ihr elendes Leben. Erkennt ihr Elend. Und es geht hier gar nicht so sehr darum, dass das Sünde alles, ob das ihre Sünde ist oder die Sünde der Männer, die sie verstoßen haben, aber sie hat nicht diesen Weg, den Gott eigentlich uns zeigt, lebe in der Liebe, in der treuen, hingegebenen Liebe zu dem einen Mann, der dir gegeben ist, mit dem Gott dich zusammengefügt hat. Und Jesus holt das ins Licht, er spricht über die Wahrheit hier. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, den fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, hierin hast du wahrgeredet. Sie sagt die Wahrheit, aber nicht wirklich die Wahrheit. Sie stellt es so hin, dass es nicht irgendwie schlecht aussieht, aber er macht deutlich, hey, dass du das jetzt so sagst, damit verdeckst du etwas. Manchmal sagen wir die Wahrheit, wir lügen nicht, aber wir verdecken doch die Wahrheit. So hat es Adam gemacht am Anfang. Er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir von der Frucht gegeben und dann habe ich gegessen. Gott hatte gefragt, hast du von der Frucht gegessen, von der ich dir gesagt habe, du sollst nicht davon essen. Worum ging es? Es ging darum, dass Adam bekennt, ja Vater, ich habe dein Gebot übertreten, ich habe gesündigt vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, das wäre die korrekte, die wahrheitsgemäße Antwort gewesen. Aber das, was Adam geantwortet hat, war doch die Wahrheit. Ja, sie hat ihm doch die Frucht gegeben, die Frau, die Gott ihm gegeben hat, hat ihm die Frucht gegeben und dann hat er davon gegessen. Das ist doch die Wahrheit. Aber es verdeckt genau diesen Part der Wahrheit, auf den es ankommt in diesem Zusammenhang, nämlich seine Verantwortung, dass er das Gebot Gottes übertreten hat, wissentlich. So ist es hier auch. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus macht ihr deutlich, das hast du schön gesagt, Frau. Das hast du schön eingepackt. Aber es ist ein bisschen anders, oder? Und dann offenbart er es ihr. Und sie ist geflasht davon und sagt, du bist ein Prophet. Du kannst irgendwie in mein Leben reingucken. Gott, du hast eine besondere Gabe Gottes. Wie soll ich damit jetzt klarkommen? Und dann wechselt sie schnell das Thema. Und redet mit ihm über geistliche Themen in Bezug auf den Ort der Anbetung. Und wer hat jetzt recht? Die Juden oder die Samariter und so weiter. Und Jesus ist so gnädig und barmherzig und führt das Gespräch an den Punkt, wo er ihr endlich so klar mit ihr redet, dass ihr die Augen aufgehen, dass Jesus der Messias ist, auf den sie alle warten. Er ist langsam zum Zorn und reich an Gnade und Wahrheit. Und da gibt es sicherlich noch so viele Beispiele, wenn du die Evangelien durchliest, wie Jesus das uns offenbart hat. Und es wird uns ja auch gesagt, in Johannes, am Anfang des Johannes-Evangeliums, Kapitel 1, Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Er ist also nicht nur gnädig und wahrhaftig, sondern in ihm ist die Gnade und Wahrheit Wirklichkeit geworden. Und das ist letztendlich, erfüllte sich in letzter Konsequenz am Kreuz. Denn hier hat er für alle Sünder Gnade errungen. Dass alle Menschen Gnade finden können bei Gott, durch das Opfer, was Christus gebracht hat. Und gleichzeitig, gleichzeitig zeigt er die Heiligkeit Gottes. Nämlich, dass die Gnade nicht ein Geschenk ist, was einfach so dem Sünder gewährt wird, sondern das einen Preis kostet. Wisst ihr, Sünde hat ja immer zwei Seiten. Die eine Seite ist der, der Sünde tut und der dann schuldig ist und der Vergebung braucht. Die andere Seite ist aber die Opfer der Sünde, das Opfer der Sünde. Zuallererst Gott selbst, der das Opfer der Sünde ist, dem seine Liebe vergolten wird mit Sünde. Ablehnung. Missbrauch. Aber auch die Mitmenschen, die Schöpfung, alles was Gott geschaffen hat. Durch die Sünde wird es zerstört, wird es angegriffen, wird es kaputt gemacht, wird es verletzt. Kann Gott denn einfach so darüber hinweg gehen? Nein, er ist ein heiliger und gerechter Gott. Und dieses, dass er das in sich vereint, gnädig zu sein und gleichzeitig wahrhaftig, heilig und barmherzig mit dem Sünder. Das zeigt sich in Jesus Christus. In ihm ist Gnade und Wahrheit geworden. Er hat es in sich vereint. Der heilige, sündlose Sohn Gottes, der die Wahrheit bekennt, der Sünde beim Namen nennt, der uns aufzeigt, Ursache der Sünde sind eure verfinsterten Herzen, eure sündigen Herzen. Aus euren Herzen, aus euren unreinen Herzen kommt die Sünde hervor. Alle Sünden, die kleinen und die großen. Und verunreinigen die ganze Welt und zerstören die Beziehung zu eurem Schöpfer. Er bekennt diese Wahrheit, er spricht sie aus, er lehrt sie. Er lehrt sie selber aus. Mit einem reinen Herzen lebt er für Gott sein ganzes Leben. Und dann tauscht er sein heiliges, gerechtes Leben mit unserem Sünderleben. Und im Kreuz, in den ausgestreckten Armen vereint er die Heiligkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit Gottes mit der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Wie kann Gott auf der einen Seite gerecht sein und auf der anderen Seite barmherzig und gnädig? In Jesus Christus ist es Wahrheit geworden. Er hat die Sünde gerichtet am Kreuz. Und ich bin dieser Kapitalverbrecher. Ich bin verdammt, verflucht von Gott. Aber er hat es an meiner Stelle auf sich genommen, damit ich nicht verdammt werde. Und so mache ich mich eins mit Christus. Und im Glauben, im Geist werde ich eins mit ihm in seinem Tod und lasse mich untertauchen in der Taufe und werde zu diesen Toten, um dann aufzuerstehen aus dem Wasser und dieses neue Leben mit Jesus zu leben. Gnade und Wahrheit durch Jesus geworden. Das ist das Wesen Gottes, so wie Gottes Mose offenbart hat. Da gibt es keinen Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Testament, Geschwister. Bitte vergesst das. Wer immer euch das vielleicht gelehrt hat, es gibt keinen Unterschied. Da ist der Gott des Alten Testaments, ist derselbe Gott wie der Gott des Neuen Testaments. Das, was Jesus uns offenbart hat, ist in höchster Weise das Wesen und den Charakter Gottes, wie er es sich hier schon offenbart hat, Mose gegenüber. Okay, ich muss Schluss machen. Der Gnade bewahrt an tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünden vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Seht ihr? Der Sünden vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Wie kann das funktionieren? Wie kann er das gleichzeitig? In Jesus Christus tut er es. Er lässt die Sünde nicht ungestraft. Jesus ist gestraft für unsere Sünde. Und dennoch empfangen wir Vergebung und Gnade. Da warf sich Mose eilends zur Erde nieder, betete an und sagte, wenn ich doch Gunst gefunden habe in deinen Augen, Herr, so möge doch der Herr in unserer Mitte mitgehen. Wenn es auch ein halsstarriges Volk ist, vergib uns aber dennoch unsere Schuld und Sünde und nimm uns als Erbe an oder als Eigentum. Wisst ihr, das ist hier dieses, ich übergebe. Wir wollen uns dir wieder ganz zu eigen geben. Es ist dieser Bundesschluss, wenn in der Eheschließung ein Mann sagt, ich will dein sein. Und die Frau sagt, ja und ich will dein sein. Dieses sich übereignen, sich gegenseitig übereignen. Ich bin nicht mehr mein eigener Herr, sondern ich gehöre dir. Das passiert hier. Mose sagt nochmal, dann vergib uns. Er ist mutig. Er betet Gott an, diesen wunderbaren, herrlichen Gott, der barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Er betet ihn an und betet für das Volk. So lass uns doch Vergebung finden bei dir und nimm uns an, wieder ganz neu als dein Eigentum. Und dann antwortet Gott, siehe, ich schließe einen Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie bisher nicht vollbracht worden sind, auf der ganzen Erde und unter allen Nationen. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du lebst, soll das Tun des Herrn sehen, denn furchterregend ist, was ich an dir tun werde. Interessanterweise, also der Bund wird wieder erneuert. Ich schließe den Bund, sagt Gott. Aber er sagt jetzt nicht, ich habe dich ja mächtig aus der Hand Ägyptens befreit, sondern er sagt, ich werde etwas mit dir tun. Und dieses Tun, das ist bis heute, ist ein Wunder vor unseren Augen, was Gott mit diesem Volk tut. Durch was dieses Volk alles durchgegangen ist. In ihrer fortwährenden Rebellion gegen Gott, immer und immer wieder. Und dennoch ist Gott immer noch treu. Und sie haben vieles durchlebt und durchlitten und Gott ist immer noch mit ihnen. Und leidet auch mit ihnen. Und ist ihnen treu. Und rettet sie heraus. Und er wird sie retten bis ans Ende. So wie die Schrift es sagt. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir in dir das Wesen und den Charakter Gottes in vollkommener Weise offenbart sehen. Herr, und es ist so wunderbar, dass wir das wissen dürfen. Dass du barmherzig und gnädig bist. Langsam zum Zorn und groß, reich an Gnade und Wahrheit. Herr, wir danken dir, dass wir es in unserem eigenen Leben erfahren dürfen, deinen Wesen und Charakter. Danke, dass wir das jetzt auch feiern können im Abendmahl. Dass du dein Leib und dein Blut für uns gegeben hast. Dass du die Strafe auf dich genommen hast, damit wir Vergebung und Gnade erfahren. Wir preisen dich und beten dich an. Wir wollen dich, den herrlichen, wunderbaren Gott, wollen anbeten wie Mose auf dem Berg. Und dir die Ehre geben. Denn dir gebührt alle Ehre. Amen. Amen.